Fitness mit Marc Folge 326 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er ist bekennender Apple-Fanboy, Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Lass uns heute über das Kader-Marc-Formel reden. Wir gehen mal auf die Laufstrecke. Und wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du, ich bin leidenschaftlicher Läufer. Ich bin seit über 20 Jahren regelmäßig dabei und jeder, der regelmäßig laufen geht, der kennt auch den Schweinhund. Und der ist besonders dann stark, wenn es draußen ungemütlich ist, wenn es dunkel ist, wenn es kalt ist, wenn es nass ist, wenn es in Strömen gießt. Und manchmal brauchen wir halt diesen Push, der uns über die Hürde rüberbringt, dass wir dann einfach die Laufschuhe schnüren und es einfach tun, eine Runde laufen gehen. Diesen Schweinehund, den kenne ich sehr gut und ich habe so ein paar Tricks gefunden, wie ich den überlistet kriege. Wie zum Beispiel auch bei strömendem Regen, so wie vor einigen Tagen, wo hier in Hamburg wirklich die Welt untergegangen ist und nun, ich hatte mir vorgenommen, eine Runde laufen zu gehen. Tricks also, die mir dabei helfen, bei so einem Sheet-Wetter dann trotzdem rauszugehen. Hier sind sie also, sieben Wege, wie das Laufen unter erschwerten Bedingungen trotzdem richtig Spaß macht. Sponsor dieser Folge ist Reebok. Mit dem Nano X1 hat Reebok einen Schuh auf den Markt gebracht, den sie Official Schuh of Fitness nennen. Also ein Schuh, der dich durch jedes Workout bringen soll, egal ob Krafttraining, Crossfit, Outdoor-Yoga oder Kardiokurse. Ich konnte den Nano X1 einen ganzen Monat lang testen und war anfangs zugegebenermaßen ziemlich skeptisch. Geht das, dass ein Schuh auf der einen Seite Stabilität gibt fürs Krafttraining, für Kniebeugen mit der Langhandel, gleichzeitig zweitens Speed für Intervallläufe oder kurze Sprints und sich drittens auch noch außerhalb des Gyms komfortabel tragen? Und meine Erfahrung ist, ja, das geht, der hier, der kriegt das hin. Momentan trage ich tatsächlich keinen anderen Schuh im Gym und auch noch außerhalb, wenn ich spazieren gehe, trage ich ihn auch sehr gern. Und wenn du auch auf der Suche bist nach einem Fitnessschuh fürs perfekte Workout, so ein Allrounder, der auch noch exzellent aussieht, so dass du ihn auch außerhalb des Gyms gut tragen kannst, dann solltest du dir den Nano X1 von Reebok definitiv mal anschauen. Und hier kommt noch ein Kicker. Hast du den kostenlosen Dranbleiber Newsletter schon abonniert? Ja, super. Dann kannst du nämlich teilnehmen. Gemeinsam mit Reebok verlose ich diesen April, also 2021, drei Paar des Nano X1. Ja, und wenn du noch nicht dabei bist, dann ist das kein Thema. Das Ganze ist nämlich kostenlos. Du kannst den Newsletter abonnieren unter www.dranbleiber.com und dann gewinnen. Ich hatte es vielleicht schon mal erzählt, ich komme aus Schleswig-Holstein und da regnet es wirklich regelmäßig. Hier in Hamburg gefühlt gibt es auch nicht so richtig konstantes Wetter. Falls du in München lebst, nun München gilt ja als sonnige Stadt. Wobei ich kürzlich mal gelesen habe, dass die beiden Städte die gleiche Anzahl an Sonnenstunden haben, also Hamburg und München. Nur ist das Wetter eben hier im Norden unbeständiger als bei euch im Süden. Und das mag alles sein. Fakt ist, bei Sonnenschein, da läuft es sich einfach leichter. Bis jetzt sage ich mal, denn stell dir mal vor, du würdest das Laufen im Regen oder in der Kälte oder in der Dunkelheit einfach mal lieben. Und falls du bisher dachtest, das sei unmöglich, dann sage ich dir, glaube ich nicht. Denn es kann richtig Spaß bringen. Und hier sind sieben Tricks, die mich zumindest beim Mistwetter in den letzten 20 Jahren immer wieder auch auf die Laufstrecke gebracht haben. Und hier ist eine witzige Situation. Das war nämlich vor ein paar Tagen, als ich in strömendem Regen, es war auch ein bisschen später abends um 9 Uhr, um die Alster lief und es war wirklich keine Menschenseele dort. Man muss dazu wissen, gerade zur jetzigen Zeit ist es da immer brechend voll, gerade tagsüber. Da kann man sich zum Teil gerade an sonnigen Wochenenden gar nicht so richtig bewegen. Und es war niemand da. Es waren allerdings ein paar Läufer, die mir entgegengekommen sind. Und wir haben uns dann immer wissend zugenickt, weil wir wussten, hey, okay, wir sind hier diejenigen, die die Fahne des Laufens auch bei so einem Wetter nochmal hochhalten. Also, lass uns mal einsteigen. Hier sind sieben Tricks und ich glaube, sie werden dir auch helfen, ein bisschen mehr Spaß zu haben, wenn du bisher Probleme gehabt hättest, dich bei Sheetwetter aufzuraffen. Punkt Nummer 1. Dress for success. Ich weiß, das Sprichwort, das erscheint abgegriffen, aber stimmt doch. Schlechtes Wetter gibt es einfach nicht. Es gibt nur schlechte Kleidung. Und wenn du dich bewusst einmal für ein läuferisches Ziel entschieden hast oder auch dazu entschieden hast, das Kardiotraining in Form vom Laufengehen umzusetzen, dann gehört dazu auch eine kleine Investition, nämlich die Investition in die passende Ausrüstung, in die passenden Kleidungsstücke. Und inzwischen gibt es eine aufregende Anzahl verschiedener High-Tech-Funktionsbekleidungsstücke, die besonders im Regen dann richtig viel Spaß machen. Vor allem, wenn es ein bisschen kühler, so ein bisschen ungemütlicher ist, trage ich persönlich lieber viele leichte, dünne Schichten übereinander als eine dicke Jacke. Und ich ziehe mich dann so an, dass es beim Loslaufen ein kleines bisschen zu kalt ist. Das ist so die perfekte Temperatur, wenn du vor die Tür gehst, wenn du losläufst und dann so ein bisschen fröstelst, dann ist es genau richtig. Und wenn du dich ein paar Minuten bewegst, dann wird dir warm und kannst dann vielleicht auch die Jacke ein bisschen öffnen oder die Ärmel des Long-Sleeve-Shirts hochschieben und dann ist das Ganze perfekt. Punkt Nummer zwei. Musik. Turn the music on. Ist so ein bisschen Typsache. Ich bin so jemand, den pusht die richtige Musik auch auf der Laufstrecke. Und falls der ähnlich geht, dann kannst du dich darauf freuen, auf deine perfekte Sounduntermalung. Was sind die Tracks, die dich persönlich besonders anheizen? Ich habe so eine Spotify-Playlist von Sportmusik und die lasse ich dann einfach laufen. Es gibt bestimmte Tracks, die wechseln auch immer mal wieder, die ich nur anmachen muss und dann habe ich richtig Bock, mich zu bewegen. Und das wäre auch mein Tipp an dich. Stell dir deine persönliche Get-Pumped-Up-to-Run-Playlist und zieh dir deine Top-Tracks auf dein Phone. Und noch besser ist es, du kannst dir die Musik auch schon zu Hause anstellen, wenn du dich fertig zum Laufen machst. Oder wenn du irgendwo hinfährst, wo du dann laufen gehst, dann lässt du die Musik schon laufen und dann pumpt dich das innerlich schon auf. Das mache ich auch manchmal. Und es bringt dich dann in Stimmung und lässt die zweifelnden Gedanken verschwinden und dann geht's los. Und das bringt mich zum dritten Trick. Turn the Hörbuch on. Klar, auch das ist eine Typ-Frage, aber ich bin so ein Typ. Beim Laufen mit moderatem Tempo liebe ich Hörbücher. Egal, ob es jetzt regnet oder die Sonne scheint. Bei einem guten Hörbuch freue ich mich schon Stunden vorher auf den nächsten Lauf, weil es dann endlich weitergeht. Und klar, es kommt auch darauf an, was für ein Hörbuch das ist. Ich habe in den letzten 20 Jahren auf diese Art und Weise unzählige Bücher gelesen und Hörbücher verschlissen sozusagen. Meine virtuelle Bibliothek bei Audible, die ist inzwischen umfangreicher als mein Bücherregal, Kapazität hätte. Und falls du noch Ideen brauchst für Hörbücher, dann hör einfach mal in ältere Folgen hier rein. Ich hatte schon, ich glaube, zwei oder drei Fitness- und Marktfolgen gemacht, wo ich meine Best-of-Hörbücher vorgestellt habe. Und ich merke auch immer wieder, dass andere Läufer genau diesen Trick auch verwenden, wie zum Beispiel der Frank Acker, der hier letztens zu Gast war. Tipps dazu habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Geh einfach mal auf marathonfitness.de-podcast und dann die aktuelle Folge 326. Das bringt mich zum vierten Trick. Buddy up. Was habe ich doch für sensationelle Läufe mit Freundinnen und Freunden bei Wind und Wetter gehabt. Wenn das Wetter so richtig mies ist, wenn nach einem Wolkenbruch selbst die Unterhose nass ist, spätestens dann ist dir sowieso alles egal. Das Laufen im Regen, das macht zu zweit einfach noch mehr Spaß. Denn man sagt ja so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid, aber geteilte Freude, die zählt doppelt. Und wenn du dich vorab verabredest, bist du in der Pflicht. Ich nutze das gerade im Winter total gern, dass ich mich verabrede mit Lauffreunden. Denn das Nein sagen, das ist dann sowieso fast unmöglich. Und noch mehr, du denkst gar nicht mehr drüber nach, ob du überhaupt laufen gehst oder nicht. Du gehst einfach laufen. Denn du hast eine Verabredung. Du hast ein Commitment abgegeben. Und so helfen sich Freunde dann gegenseitig beim Dranbleiben. Und ich nutze inzwischen auch so digitale Communities wie zum Beispiel Strava. Dort teile ich seit einiger Zeit alle meine Läufe und vernetze mich mit Freunden und Bekannten. Natürlich ersetzen solche digitalen Communities nicht den persönlichen Lauf. Genauso wie Instagram ein persönliches Treffen nicht ersetzen kann. Aber das ist ein zusätzlicher Push. Auch das ist eine Typfrage. Ich habe für mich festgestellt, das pusht mich. Und ich empfinde dadurch so ein gewisses Commitment, das mich zum Dranbleiben motiviert. Weil nun jeder sehen kann, Mensch, der Markt geht ja jetzt regelmäßig laufen oder auch nicht. Auch wenn ich da meine Freunde beobachte und die gehen regelmäßig laufen, dann denke ich, Mensch, cool, das motiviert mich. Und das ist ein schönes Tool. Für Dranbleiber haben wir auch einen kostenlosen Club übrigens auf Strava. Den Dranbleiber Club. Da kannst du dich, wenn du diese Plattform nutzt, auch eintragen und dich mit anderen Hörern dieses Podcasts vernetzen. Ja, und damit das Ganze funktioniert, braucht man natürlich Ausrüstung, unter anderem auch Technik. Und das ist der fünfte Trick, den ich dir mitgeben möchte. Das ist die Superhelden-Ausrüstung für deinen Lauf. Die Funktionskleidung für den Monsun, die hatte ich ja schon angesprochen, oder auch für die Kälte. Die hast du vielleicht schon und das ist toll. Eine gute Ausrüstung gibt dir einen Motivationsschub. Und zwar bei jedem Wetter. Wenn du Ausrüstung hast, die einfach mal rockt, dann gehst du auch lieber laufen. Und je besser du dich gewappnet fühlst, desto geringer hängt die Hürde zum Durchstarten. Was genau für dich perfekt ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, was für mich perfekt ist. Und ich stelle dir einfach mal ein paar Dinge vor, die mir persönlich das Laufen bei jedem Wetter, bei Wind, bei Kälte, bei Sonne und bei Hitze versüßen. Lass uns mal mit den Kleidungsstücken starten und ganz klar, wenn es heiß ist, dann braucht man nicht so viel. Also lass uns das ruhig mal als Beispiel nehmen. Ich habe eine gute Regenjacke, aktuell eine von Nike. Die ist dunkel, reflektiert aber, hat solche Reflektoren eingebaut. Ganz leichtes Material, trägt sich sehr bequem. Ist eine spezielle Laufregenjacke. Verlinkt habe ich dir übrigens die ganzen Sachen, die ich benutze, in den Shownotes. Wenn dich das interessiert, kannst du reingehen und dann gucken, welches Modell ich verwende. Als Hose habe ich neuerdings, muss ich sagen, zum Jahreswechsel habe ich mir die gegönnt, eine Kompressionshose. Das ist so eine Dreiviertel-Laufhose, die dreht sich wunderbar. Es ist ein richtig cooles Gefühl, die zu tragen von Orpedix, heißt der Hersteller. Die haben einen ganz kleinen Shop hier in Deutschland im Internet. Der Mann, der den betreibt, der hat eine ganz schöne Story. Darüber hatte ich mal in der FAZ gelesen. So bin ich auf den Hersteller gekommen, habe mir gleich mal eine Hose bestellt und seitdem trage ich die fast jeden Tag zum Laufen. Also nicht außerhalb der Laufstrecke, sondern wenn ich laufen gehe, dann trage ich im Moment diese Kompressionshose. Als Laufschuh trage ich derzeit den Brooks Adrenalin GTS. Ein Modell, mit dem ich auch schon meinen ersten Marathon gelaufen bin. Ich weiß gar nicht, welche Versionsnummer der damals hatte. Jetzt aktuell ist die Nummer 21. Das Ganze mit Falke-Laufsocken, auf die schwöre ich auch schon seit 20 Jahren. Und ja, Unterhemden, das sind dann alles Mögliche. Meistens ein Nike Pro-Unterhemd drunter. Und dann habe ich diverse Hemden von Laufwettkämpfen. Zum Beispiel Sparkasse Kiel auf 2001 oder so. Da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Wie gesagt, dünne Schichten übereinander tragen und wenn es warm ist, dann trage ich halt, wenn es sehr warm ist, nur das Nike Pro und sonst halt diverse Schichten noch da drüber. Kommen wir mal zur Hardware, der Technik. Und Achtung, ich bin halt ein Technik-Freak. Deswegen trage ich auch beim Laufen so diverse Technik-Tools mit mir rum. Als Sportuhr, die Apple Watch, die verwende ich schon seit Jahren, aktuell die Series 6. Ich tracke mein Training tatsächlich mit der mitgelieferten App, also der Fitness-App von Apple. Und auf meinem iPhone synchronisiere ich dann die Trainingseinheiten mit einer extra App mit Strava. Denn Strava unterstützt die Apple Fitness-App nicht direkt, sondern man braucht eine Zusatz-App, die nennt sich HealthFit, die ich benutze. Musst du nicht mitschreiben, falls du keine Apple Watch benutzt, brauchst du das auch nicht zu wissen. Also damit synchronisiere ich nach Strava. Und natürlich bin auch ich Teil unserer Dranbleiber-Community auf Strava. Meine Belastung, meinen Schlaf und meine Regeneration tracke ich mit dem Whoop-Armband. Das Whoop-Armband trage ich Tag und Nacht. So ist das Ganze auch ausgelegt. Das hat keinen Bildschirm, sondern das Ganze benutze ich so, dass ich morgens nach dem Aufstehen einmal auf meine Regeneration gucke. Dann kann ich danach meinen Tag so ein bisschen planen. Ich achte natürlich auch aufs Körpergefühl. Aber ich kriege hier einen ziemlich guten Wert auch über meine Regeneration, wie gut ich geschlafen habe. Und ob ich heute voll belastbar bin oder vielleicht im Training ein bisschen zurückstecken sollte, um den Bogen nicht zu überspannen. Also dafür nutze ich das Tool Whoop-Band. Mein iPhone nehme ich manchmal mit zum Laufen, manchmal lasse ich es auch liegen. Als Headset verwende ich aktuell die AirPods Pro. Schönes, universelles Headset. Kann man auch gut zum Sport. Übrigens auch im Regen verwenden. Also als ich letztens bei strömendem Regen unterwegs war, hatte ich auch die AirPods drin. Und das funktioniert wunderbar. Und das war es eigentlich auch schon, wie du siehst. Keine Raketenwissenschaft. Und ich will es mal so formulieren. Regen und schlechtes Wetter ist eine geniale Gelegenheit, wie Batman auf die Laufstrecke zu gehen. Die richtige Ausrüstung ist essentiell zum Überleben da draußen. Und vielleicht hast du auch du spezielle Tools, die du nutzt und liebst und die dich motivieren. Dann teile die gerne in den Kommentaren zu den Shownotes hier. Und wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Punkt. Trick Nummer 6. Plane deinen Workout. Und du kennst den Spruch vielleicht. Wer am Planen scheitert, der plant das Scheitern. Das sagt man zumindest. Und meiner Erfahrung nach zeigt sich das Ganze auch immer wieder. Das stimmt. Und Erfolg kannst du planen. Dranbleiben kannst du planen. Und das solltest du sogar. Oder kennst du irgendjemanden, der aus Versehen fit geworden ist? So nach dem Motto. Boah, es regnet den ganzen Tag. Aber ups, ich laufe ja gerade. Wie ist denn das passiert? Passiert eigentlich nicht, oder? Jeder noch so unperfekte Plan ist definitiv besser, als keinen Plan zu haben. Deswegen meine Empfehlung. Nimm dir einen Moment und schmiede einen Plan. Am besten jetzt kannst du auch ruhig pausieren, kurz deine Notizen-App öffnen und dir aufschreiben, wie du deine Trainingseinheiten für diese Woche oder die nächsten sieben Tage einplanen kannst. Und hier sind ein paar Fragen, die dir dabei helfen können. Ganz wichtig am Anfang natürlich, was ist eigentlich dein Ziel? Warum würdest du denn regelmäßig laufen gehen oder andere Cardioeinheiten machen? Schreib sie auf. Und dann, wie oft möchtest du diese Woche laufen gehen? Einmal, zweimal, dreimal? Oder willst du zu den Verrückten gehören, die gar jeden Tag einen Streak-Run machen wollen? Also jeden Tag joggen gehen? Schreib es dir auf. Und falls du das mit dem Streak-Run gerade zum ersten Mal hörst, da gibt es einen eigenen Podcast zu. Das ist die Folge 298. An welchen Tagen trainierst du? Schreib es dir auf. Und was ist dein Plan B, wenn was dazwischen kommen sollte? Zum Beispiel, du dich fürs Laufen im Regen entscheidest. Schreib es auf. Plan das Ganze. Und wenn du gestern schon wusstest, dass du heute eine Running-Einheit durchziehen wirst, dann gibst du dir, auch wenn es aus Kübeln gießt, viel leichter einen Ruck, weil du gedanklich diesen Weg schon gegangen bist. Und Wege, die wir gedanklich vorher schon mal gegangen sind, die gehen wir in der Realität auch viel leichter. Und dann schnürst du sie einfach. Dann schnürst du deine Laufschuhe und dann geht's los. Und das bringt mich zum siebten und letzten Punkt. Abwechslung. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Es gibt einige Menschen, die brauchen sehr viel Abwechslung im Leben. Und es gibt andere Menschen, die haben es ganz gerne immer gleich. Wenn du zu den Menschen gehörst, die mehr Abwechslung benötigen, dann go for it. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Du kannst an verschiedenen Tagen definitiv verschiedene Workouts einplanen. Und wenn du ein spezielles Trainingsziel verfolgst, dann ist das gerade im Cardio-Bereich sogar eine gute Idee, wenn du verschiedene Dinge trainierst. Lass uns mal einfach zurückkommen zum Thema dranbleiben. Wenn du also an einem Tag meinetwegen Kraft trainierst und das so eingeplant hast, dann könntest du dich zum Beispiel am nächsten Tag um deine Ausdauer kümmern und ein Cardio-Training durchziehen oder laufen gehen. Und wenn du Regeneration benötigst, wenn du also mal morgens aufwachst und merkst, boah, heute bin ich nicht so fit, dann lässt du das Training einfach mal Training sein und gehst spazieren. Auch das geht natürlich. Das mache ich auch manchmal. Je flexibler du bist, je mehr Optionen du hast, desto leichter machst du es dir. Es ist immer gut, wenn du einen Plan B in der Tasche hast. Nun, Fitnessstudios sind super. Da kannst du alles machen. Aber gerade in der letzten Zeit hat ein gutes Homegym sich immer mehr bewährt. Ich habe mir so ein Homegym aufgebaut. Wahrscheinlich viele von uns auch, die zuhören. Welche Fitnessgeräte ich nutze, die habe ich dir verlinkt in den Shownotes. Und das Schöne am Cardio ist, du brauchst eigentlich keine großartigen Geräte. Laufen kannst du immer und praktisch überall. Du brauchst einfach nur ein paar Laufschuhe und schöne Klamotten und Technik. Nun, ich stehe drauf, ist sicher eine Typsache. Eigentlich brauchst du sowas nicht. Wenn es dir Spaß bringt, dann kann dich das natürlich ordentlich pushen. Und wenn das Wetter mal so richtig quer schießt und mal angenommen, ich habe drei Laufeinheiten die Woche vor, dann könnte ich einfach zwei Einheiten auf dem Plan tauschen und an so einem Regentag auch mal nach drinnen verlegen. Zum Beispiel könnte man auch ein Kraft- und Cardio-Workout in dieser Konstellation tauschen. Dann also an dem Tag, wo eigentlich Cardio vorgesehen wäre, ein Kraft-Workout machen und das Ganze umtauschen und hoffen, dass am nächsten Tag die Sonne scheint. Oder du machst das Cardio-Training einfach drinnen. Und ich habe mir jetzt mal was gegönnt fürs smarte Cardio-Workout daheim. Habe ich es jetzt richtig krachen lassen und mir so ein Wahoo-Kicker-Bike geordert. Die Radsportler unter uns kennen das wahrscheinlich. Das ist schon eine ziemliche Investition zugegeben. Aber bei so einem Cardio-Gerät, da schlägt mein Ingenieurherz einfach höher. Das ist nämlich voll vernetzt. Ja, ich konnte einfach nicht anders. Und natürlich geht es nicht um solche Tools. Es geht auch nicht ums Geld ausgeben. Es geht einfach darum, dass du dir mal Gedanken machst und Wege findest, wie du dir das Dranbleiben so leicht wie möglich machst. Es geht also darum, dass du im Vorwege dir schon mal Gedanken machst um Alternativen. Frei nach dem Motto, mehr Wahlmöglichkeiten sind immer besser als wenige. Und natürlich, auch da geht es völlig ohne Equipment. Konzepte dazu liefern wir zum Beispiel bei uns im Dranbleiber Bodyweight Circle. Da brauchst du nämlich gar kein Equipment. So, das waren soweit ein paar Ideen für dich, wie du dir das Ganze leicht machen kannst. Im Wesentlichen, wie du auf die Laufstrecke kommst und da dran bleibst, auch wenn die Bedingungen vielleicht mal ein bisschen erschwert sind. Der Gedanke dahinter ist, wie du es schaffst, die Hürde dich aufzuraffen, möglichst tief zu legen. Egal, ob du laufen gehen willst, ob es draußen regnet, ob die Welt untergeht, ob es dunkel ist. Wenn du es schaffst, die Hürde für dich möglichst tief zu legen. Und dein Training vielleicht auch mit etwas zu verbinden, wie zum Beispiel dem Hörbuch hören oder Musik hören, was du ohnehin gerne machst. Oder sich mit einem Freund zu verabreden oder einer Freundin, dann hast du sowieso gewonnen. Und was noch dazu kommt, ist natürlich die gute, die stabile Gewohnheit, also das Training zur Gewohnheit zu machen. Dafür brauchst du ungefähr zwei bis drei Monate, um so eine gute, stabile Gewohnheit aufzubauen. Und in diesem Zeitraum, also den zwei bis drei Monaten, bis du da hinkommst, darfst du da ruhig häufiger mal ein bisschen mehr Energie aufwenden, um diese Hürde zu meistern. Vielleicht auch ein paar mehr Eckpfeiler, ein bisschen mehr Commitment einbauen, sodass du es dann wirklich durchziehst. Und sobald du diese Hürde überwunden hast, also diese zwei Monate drangeblieben bist, geht das Ganze dann fast automatisch. Und das ist richtig cool. Und das gilt für die Ernährung, das gilt für das Krafttraining, das gilt auch fürs Laufen im Regen. Ja, ich hoffe, unter diesen sieben praxiserprobten Tipps fürs Laufen bei Wind und Wetter war was für dich dabei, vielleicht auch was Neues. Für mich funktionieren diese Tricks seit vielen, vielen Jahren und ich bin sicher, dass sie auch bei dir helfen können. Lass uns diese Liste gerne mal fortführen. Was bringt dich dazu, bei schlechtem Wetter trotzdem dran zu bleiben, wenn du sonst Outdoor-Sport machst? Oder generell, wie sieht denn dein Plan B aus fürs Training? Nimm dir einen Moment, schreibe einen Kommentar unter die Shownotes und die findest du auf marathonfitness.de-podcast. Dann geh einfach zur heutigen Folge 326. Und dann, bei mir noch zu sagen, viel Spaß, viel Erfolg beim Dranbleiben diese Woche. Und in der nächsten Woche habe ich hier jemanden zu Gast. Einen ganz speziellen Dranbleiber. Einen Menschen, der das scheinbar Unmögliche möglich gemacht hat. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Bleib einfach dran, auch hier im Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Diese Folge wurde dir präsentiert von Reebok. Genauer, von dem neuen Schuh of Fitness, dem Nano X1. Wir haben bei uns den Nano X1 einen Monat lang im Trainerteam testen können und müssen sagen, gute Arbeit Reebok. Der Schuh ist ein echter Allrounder, ein Fitness-Allrounder, der sich genauso fürs Kniebeugen mit der Langhantel eignet, wie für Sprints oder fordernde Crossfit-Einheiten. Egal, ob du in deinem heutigen Fitness-Workout beugen, heben, springen, sprinten oder auch mal entspannt die Füße hochlegen willst, mit dem Nano X1 machst du eine gute Figur. Und du kannst deine PS auf die Straße bzw. den Gym-Floor bringen. Den Reebok Nano X1, den gibst ab sofort überall da, wo es gute Fitness-Stuhe gibt. Ja, und wenn du meinen Dranbleiber-Newsletter abonniert hast, dann kannst du diesen April 2021 eins von drei Paaren des Reebok Nano X1 gewinnen. Also mach mit, trag dich ein auf www.dranbleiber.com, wenn du es noch nicht gemacht hast. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.